Liebe AGÖ-Freunde, Knoblauchbohle und Aspirin. Aspirin darf ich nicht mehr sagen, aber es sind nicht Aspirin. Gibt es natürlich von der Hol- und Animal Care mit diesem Eingeber oder von Fallmann mit dem Doppel-Eingeber. Und diese schauen so aus. Knoblauchbohle mit Aspirin. Also zwei Knoblauch und ein Aspirin. Egal ob das jetzt von Fallmann ist oder ob das von der Hol- und Animal Care ist. Wir brauchen beide Firmen, wenn wir die Menge nicht herbrechen, was wir von der AGÖ brauchen, die Sachen sind natürlich wahnsinnig. Ist eine wahnsinnig pflanzende Knoblauch. Knoblauch ist einfach auch für Menschen gut, blutreinigend. Habt ihr ein Problem mit Zellzahl, ein Problem mit einer Kuh ist schlecht drauf, ein Schirchsvöl frisst nicht oder so. Ist egal welchen Sachen. Zwei Knoblauch, Aspirin habe ich. Es gibt keine Wartezeit. Bei beiden nicht. Es kann es weiter liefern und die Kuh geht es einfach gut. Also Knoblauch kann man einsetzen. Sehr vielfältig. Soll jeder Rinderbau natürlich daheim haben. Gibt es beim AGÖ-Verkaufstag am 18. März zu Sonderpreisen. Ich habe gesagt, die Leute, wenn sie es in die Hand nehmen müssen, zu den Firmen einpacken, verschicken, kostet ihr Geld. Ist ganz klar. 40 Tonnen Paletten, weil es um die Bauern holen sie. Das muss man natürlich einen anderen Preis haben. Also Pitsche nützt die Chance beim Verkaufstag einkaufen. Beide Variationen, ob das jetzt von den Holländer ist oder von Fallmann. Knoblauch, zwei Stück und ein Aspirin dazu. Wirkt Wunder. Perfekt Wunder. Perfekt Wunder. Perfekt Wunder. Perfekt Wunder. Komm, zwei Stück und ein Aspirin dazu.